Moin Leute, was geht ab? Euer GamingBench mit meinen Kameras kamen nur ein bisschen schlecht. Aber jetzt haben sie nichts wieder. Auf jeden Fall werden wir, also ich werde in den nächsten Tagen ein neues Minecraft Projekt starten. Und weiter will ich dazu nichts sagen, das wird ca. am 30. Aber ab dem 4. Januar werden 3 Wochen keine Videos leider kommen. Ich weiß nicht, ich habe sehr lange keine Videos gemacht. Das tut mir auch leid. Und ich sage, ciao.